Olympia 2018 ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Meine Eltern haben früher in Garmisch-Partenkirchen oder in Greiner für mehr ein Hotel gehabt. Und es war eigentlich immer mein Traum, diesen Betrieb mal zu übernehmen. Und sie haben das vor ein paar Jahren verkauft. Eigentlich aus dem Grund, weil sie keine Zukunft mehr hier für die Region gesehen haben. Und deswegen glaube ich, dass Olympia 2018 eine Riesenchance ist für uns alle, einfach auch hier wieder diesen Ort nach vorne zu bringen und eben die Zukunft der ganzen Region zu bleiben.